Hallo meine Lieben, wir haben es Montagabend, kurz vor 21 Uhr und die meinen Channel ja aufwärtsam verfolgen, die wissen ja, dass in wenigen Minuten mein Live-Chat von der Webcam stattfindet, und zwar auf treff6.tv. Da könnt ihr euch jetzt noch anmelden, den Link habe ich bei Instagram in der Profilbeschreibung hinterlegt und bei Facebook seht ihr den ja direkt in der Beschreibung, da könnt ihr euch anmelden. Und dann könnt ihr mich sehen, ja, vor der Webcam live. Ja, ihr seht hier schon, ich habe hier schon alles aufgebaut, die Webcam, mein Laptop, ist alles ein bisschen provisorisch, weil es ist ja gerade mein zweites Mal, dass ich vor der Webcam sende. Das Feedback war so cool und so geil vom ersten Mal, da dachte ich mir, ich lege gleich noch ein zweites Mal los. Und ja, dann habe ich mir wieder hier gemütlich gemacht, da zu Hause in meinem Bettchen. Und ja, ich werde auf jeden Fall live aus meinem Bett, ja, meinem Zuhause gleich senden. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist jetzt der Unterschied zwischen senden auf Facebook, senden natürlich auf treff6. Ganz klar, ja, auf treff6 gibt es eigentlich keine Regeln. Ich kann machen, was ich will. Ich kann das machen, was ihr wollt. Der M-Blatzer müsste mir aber sagen, was ich so machen soll. Es ist ja klar, dass ich mich natürlich ausziehe. Logisch, dass ich natürlich jetzt nicht so bleibe, so angezogen. Ja, ich habe mir auch was ganz Hübsches angezogen. Mal sehen, ob es euch gefällt. Und ja, da können wir über alle sprechen, zum Beispiel über den Werbespot. Den habt ihr vielleicht auch gesehen. Ja, da habe ich ja über Sex an verschiedenen Orten gesprochen. Das können wir dann natürlich vertiefen. Ja, da würde ich auch gerne mal wissen, wo ihr schon überall Sex hattet. Und vielleicht, wo ihr gerne noch Sex haben würdet. Und das Geilste ist natürlich, dass ihr noch ein Date mit mir gewinnen könnt. Ja, da müsst ihr euch aber auch anmelden und mir sexy Mika-Nippel schicken. Und das kann ich euch dann aber auch nochmal alles erklären. Ja, ich hoffe, dass ihr gleich alle dabei seid bei treff6. Ja, wenn ich ihr gleich alles gebe vor der Webcam. Und das Coole ist, die ist nämlich auch mobil. Ja, die kann ich zum Beispiel abnehmen. Ja, da kann ich euch zum Beispiel ganz genau meine sexy Mika-Nippel zeigen. Ja, alles ist möglich. So. Und ja, was gibt es Schöneres? Auf dem Fernsehen läuft eh nichts Cooles. Und ja, dann schaut mir doch einfach mal vor der Webcam zu. Ich freue mich auf jeden Fall, gleich dabei zu sein. Gibt es denn Fragen? Irgendwelche Fragen, Kommentare? Vielleicht, was ich, ob ich mich noch umziehen soll extra für die Webcam. Ob ich irgendwas Bestimmtes besprechen soll. Fragt mich. Ich liebe provokante Fragen. Aber ihr könnt mir auch einfach nur Herzchen schicken. Und das ist auch okay. So, meine Süßen. Also, ich mache mir das hier schon mal gemütlich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Ja, wie gesagt, der Link, den seht ihr oben oder bei Instagram in der Profilbeschreibung. Einfach anmelden, geht ganz, ganz schnell. Und ja, dann könnt ihr mit mir live chatten und seht mich direkt live. Und dann lasse ich natürlich auch die Höhlen fallen. Ist ja klar. Also, meine Süßen, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, und wer heute nicht kann, ja, es gibt natürlich noch zwei weitere Termine. Und zwar am 21. Oktober und am 26. Oktober. Auch ab 21 Uhr. Ja, da könnt ihr dann mich auch nochmal live sehen. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Bis gleich. Mua. 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 Vielen Dank.